Kapitel 26 Das Ende des Wächters Als Tarsuin sie anschrie, reagierte Theresa nach einer Schrecksekunde rein instinktiv. Sie griff die sich wildwährende Tiki und rannte los. Weit kam sie jedoch nicht. Hinter ihr brach die Hölle los und als sie sich halb umdrehte, sah sie eine Feuerwand auf sich zurasen. In Panik stolperte sie, schlug sich auf dem harten Stein die Knie auf und weil sie keine Chance zum Entrinnen sah, machte sie sich kniend ganz klein und schützte Tiki mit ihrem Körper. Sie hörte Steine gegeneinander krachen und dann wurde es kurzzeitig dunkel um sie herum. Ein Zwinkern und sie erkannte steinernde Flügel, die sie umgaben. Flammen umzüngelten durch jeden Spalt nach ihr, es gab keine Luft zum Atmen, der Lärm war ohrenbetäubend. Dann, urplötzlich, war alles vorbei. Sauerstoff füllte Teresas Lungen und sie wusste nicht, ob sie den Schrei nachholen sollte, der eigentlich zu so einem Moment gehörte. Rechts von ihr zerfiel langsam ein steinerner Flügel in kleine Kiesel. Der linke lag einige Meter weit von ihr entfernt im Gang. Über und hinter ihr ragte die einsmächtige Statue des Ravenclaw-Adlers auf. Doch der Stein des Körpers zerfiel langsam vor ihren Augen. Risse bildeten sich, Sand rieselte aus dem Schnabel. Theresa hatte das Gefühl, jemandem beim Sterben zuzuschauen. »Für Ravenclaw und seine Freunde«, sagte der Adler leise, dann fiel sein Kopf zu Boden und zersprang in tausend Teile. Theresa sprang erschrocken beiseite. Langsam riss sie den Blick von dem Steinhaufen los und schaute dahin, wo einst der Adler gewacht hatte. Doch statt einem Loch in der Wand war da nur eine glatte Mauer zu sehen. Es war so unnatürlich still, dass ein harmloses Geräusch hinter ihr sie panisch herumfahren ließ. Aber es war nur der Flügel des Adlers, der immer weiter zerfiel. Trotzdem löste die Storys aus ihrem Schockzustand und sie zwang sich so, die Dinge wahrzunehmen, denen sie sich bisher verweigert hatte. Der Gang war vom Feuer geschwärzt, die meisten Bilder verbrannt, der Leuchter über ihr ein silberner Klumpen. Und doch lag auf einem so real hellen Fleck Tarsuin. Nichts an ihm ließ vermuten, dass hier eben ein Inferno getobt hatte. Wie in Trance wollte sie Tiki auf den Boden lassen, damit sie zu dem Jungen laufen konnte, und erst in diesem Moment bemerkte sie, dass das kleine Wesen völlig schlaff in ihren Armen hängen. Langsam trat sie näher. Ihr war bewusst, dass sie eben dem Tod in der Gestalt ihres besten Freundes begegnet war, und dementsprechend groß war ihre Angst. Vorsichtig wollte sie sich hinknien, doch ihre blutenden Knie taten zu weh, sodass sie sich neben ihn setzen musste. Dann drehte sie Tarsuin auf den Rücken. Jede Farbe war aus seinem Gesicht gewichen, doch er atmete noch. Ein Teil von Theresa war froh, dass er nicht wach war. Er konnte wissen, was er tat, wenn er Tiki für wirklich tot hielt. Sie legte ihm die schlaffi Tiki auf den Bauch in der Hoffnung, dass Tarsuin der vertraute Kontakt half. Doch nichts geschah. Dafür hätte sie gedämpftes Hämmern an der Wand, hinter der die Ravenclaw-Gemeinschaftsräume lagen. Niemand sollte das hier sehen, murmelte Theresa bei sich. Sie mochte zwar keine Haushaltszauber, doch da dies zur Zauberkunst zählten, war sie ohne eigenen Verdienst nicht übel darin. Den Ruß und den Sand hatte sie innerhalb von Sekunden beseitigt. Die Überreste der Bilder ließ sie in einen Seitengang schweben, sollte sich doch Filz drum kümmern. Dem Kronleuchter gab sie so ungefähr seine Form zurück. Wer achtete schon auf sowas? Und zum Schloss besorgte sie sich noch aus dem Treppenhaus per Aufrufezauber ein paar intakte Bilder. Das alles dauerte kaum eine Minute und ein seltsamer Teil von ihr war stolz auf ihre Fähigkeiten. Ein sorgfältig gesprochener Schwebezauber und Hasin schwebte samt Tiki von ihrer Richtung in Richtung Krankenflügel. Madame Pomfrey würde sicher nicht erfreut sein. Nein, ganz und gar nicht. Immer wieder prüfte Theresa auf dem Weg, ob ihre beiden Freunde noch am Leben waren, während sie krampfhaft versuchte, sämtlichen Kontakt zu anderen Personen im Schloss zu meiden. Das hatte zur Folge, dass sie nicht den direkten Weg zu ihrem Ziel nahm. Zumindest hatte sie so Zeit, sich zu überlegen, was sie Madame Pomfrey überhaupt erzählen wollte, das nicht sofort nach Lüge roch. Es war das gemeinsame Schicksal, welches ihr das Problem abnahm. Gerade als sie unschlüssig die Tür öffnete. Das war ganz sicher kein Diener des Dunklen Lords, wehte die Stimme Professor Snape wie ein kalter Windhauch an ihr Ohr. Niemand interessiert sich für Muggel. Ja, sie als Todesser müssen es ja. In diesem Moment wurde Theresa bemerkt, und da sie heute sowieso nur aufgrund glücklicher Umstände lebte. Was ist hier los? forderte sie in einem Ton, der normalerweise Eltern und Lehrern vorbehalten war, die zu früh nach Hause kamen und die explizit verbotene Party ihrer Sprösslinge sprengten. Trotzdem fühlte Theresa, dass sie ein Recht auf diese Frage hatte, auch wenn daneben ihr ein lebloser Tarsuin und eine Tiki in der Luft schwebten. Schließlich standen Professor Dumbledore und Professor Snape vor einem sitzenden Medier, dem Madame Pomfrey gerade eine übel aussehende Kopfverletzung verarztete. Die Reaktionen der drei Männer waren höchst unterschiedlich. Während Medier, der sich gerade mit Snape gestritten hatte, halb verlegen den Blick senkte, fixierte ihr Hauslehrer sofort Theresa. Bei Professor Dumbledore hingegen sah sie für einen Moment Belustigung über ihren Auftritt, welche jedoch fast augenblicklich von der Sorge um Tarsuin vertrieben wurde. Und? konnte Theresa es sich nicht verkneifen, was wieder keine scharfe Antwort provozierte. Auch wenn Snape gerade tief Luft holte. Medier jedoch wischte Madame Pomfrey's helfende Hände beiseite, sprang auf und eilte zu Tarsuin. Leg ihn dort aufs Bett, bat er Theresa. Wo ist der verletzt? War es ein Fluch? Ein wenig war Theresa enttäuscht, dass ihre Frage und ihr freches Auftreten so vollständig ignoriert wurden, doch sie sah natürlich ein, dass Tarsuin viel wichtiger war. Trotzdem war ihr klar, dass die Erwachsenen gerade etwas sehr Schlimmes besprochen hatten. Jedes geistig halbwegs entwickelte Zauberer kennt wusste das, wenn Erwachsene von Todessern sprachen. Soweit ich weiß, war es kein Fluch, beantwortete sie Mediers Frage und legte Tarsuin durch eine langsame Bewegung ihres Zauberstabs aufs Bett. Ich denke, er ist von selbst umgekippt. Einfach so? zweifelte Professor Snape und trat hinzu. Naja, gab Theresa in einem möglichst unbeschwerten Ton zu. Ravenclaw brauchte einen neuen Türwächter und bei ein paar Bilder viel Pflege. Die Untertreibung des Jahres, wie sie selbst fand. Aber sonst ist nicht viel passiert, folgte die Lüge des Jahres. Möglichst unschuldig schaute sie dabei ihren Hauslehrer an. Es mochte ja vielleicht wirklich sein, dass Snape Tarsuin in Hogwarts behalten wollte, aber sie hatte kein Recht, ihren Freund darauf zu verwetten. Ob Snape ihr nun glaubte oder nicht, er sagte nichts weiter dazu. Stattdessen starrte der Mann nachdenklich auf den Jungen hinab. Es vergingen gute fünf Sekunden, dann hob er wieder seinen Blick und richtete ihn auf Dumbledore. Ich denke, die Sache könnte doch meiner Aufmerksamkeit wert sein, Direktor, sagte er mit nur einem Hauch seiner üblichen Arroganz. Ich werde noch heute ein paar Nachforschungen anstellen. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden... Natürlich, Professor Snape, entgegnete der bisher stille Direktor. Wenn Sie bitte vorher noch Professor Flitwick ins Bild setzen könnten... Snape nickte knapp und verließ dann mit zügigen Schritten den Krankenflügel. Theresa fiel dabei einen Blick Medias auf, der voller Verachtung für den Meister der Zaubertränke war. Doch das war nur ein kurzer Moment und dann kümmerte er sich wieder um Tarsuin. Er sah so aus, als würde er dafür noch eine ganze Weile brauchen. Professor, war Theresa diesmal ein ganzes Stück höflicher, aber trotzdem mit viel Nachdruck. Warum ist Medir hier? Warum ist er verletzt? Und was war das mit den Todessern? Alles berechtigte Fragen, antwortete Professor Dammeldorf freundlich. Doch alles auch Fragen, die besser in meinem Büro besprochen werden sollten. Sind Sie einverstanden, heiler Katter? Ich würde lieber Tarsuin weiter untersuchen, sagte Rikas Lebensgefährte und war dabei so auf seinen Patienten fixiert, dass es fast wirkte, als würde er gar nicht in der normalen Welt existieren. Wenn Sie das übernehmen könnten? Natürlich, erwiderte der Direktor und für einen kurzen Moment glaubte sie in seinen Augen diesen Warum-immer-ich-Blick zu sehen, der eigentlich zu Schülern gehörte. Komm, Theresa, gehen wir in mein Büro. Es sei denn, dir ist noch nicht eingefallen, was heiler Katter wissen müsste. Ähm, war Theresa ein wenig verlegen. Im Grunde wollte sie verheimlichen, was passiert war, auf der anderen Seite aber war dies vielleicht wichtig in Bezug auf Tarsuins Zustand. Es war extrem seltsam, aber es gewann der Wunsch, es vor Medi und Madame Pomfrey zu verbergen. Nein, sagte sie deshalb, obwohl dies gegen ihre Natur war. Was, wenn Medi dadurch Tarsuin nicht wecken konnte? Doch sie wollte sich ihre Zweifel nicht anmerken lassen. Deshalb ging sie dem Direktor doch voraus. So konnte Rikas Freund nicht sehen, wie rot sie geworden war. Als sie Minuten später die Tür zu Dumbledores Büro erreichten, ließ sie dem großen Mann höflich den Vortritt in seine eigenen Hallen. Der öffnete ohne Umschweife die Tür. Glauben Sie mir, Professor Dumbledore, wir haben nichts gemacht, sprudelte ihnen eine aufgeregte Winona entgegen, nur um sofort zu verstummen, als sie Theresa sah. Sie hat nichts damit zu tun. Wir hören später irgendwann, was du nicht getan hast, bei dem Theresa dir nicht geholfen hat, sagte Dumbledore und hob beschwichtigend die Hände. Zunächst gibt es Wichtigeres zu klären. Setzt euch! Der Direktor ging in den Raum hinein und nahm hinter seinen Schreibtisch Platz. Wie immer sah er so extrem respekteinflößend aus, der konnte selbst sein freundliches Gesicht nicht helfen. Winona warf Theresa einen fragenden Blick zu, woraufhin diese jedoch nur mit den Achseln zucken konnte. Dann setzten sie sich Dumbledore gegenüber. Sie wollte ihre Frage gleich noch einmal stellen, doch der Mann ließ sie mit einem Wink seiner Hand verstummen, ohne dass er dazu Magie gebrauchte. Bevor ich euch sage, weshalb ihr hier seid, möchte ich, dass ihr wisst, dass es der Wunsch eurer Eltern bzw. Großeltern – Dumbledore nickte in Toresas Richtung – ist, dass ihr hier in Hogwarts bleibt und normal am Schulunterricht teilnehmt. Und jetzt, da Tarsuin sicherlich eure Hilfe braucht, hoffe ich, dass ihr dem auch Folge leistet, ohne dass Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind. Was ist mit, war Winona verwundert und schaute gerade vorwurfsvoll zu Theresa hin. Alles zu seiner Zeit, unterbrach Dumbledore. Zunächst müsst ihr folgendes wissen. Rika McNamara wurde entführt. Was? Winona war vom Stuhl aufgesprungen. Das kann doch nicht sein, was ist mit den anderen? Waren meine Eltern dabei? Wer war es? Theresa nahm es irgendwie ruhiger hin. Im Gegensatz zu ihrer Freundin war sie ja schon vorgewarnt. Sie war sich sicher, wäre jemand getötet worden, dann hätte sie das vorhin im Medias Gesicht erkannt. Stattdessen wunderte sie sich jetzt über diesen seltsamen Zufall. Rika wurde entführt und Tarsuin brach zusammen. Alles klar. Nun, laut Professor Lupin, der aufgrund einer Einladung vorbeikam, sah er Gestalten mit Todessermasken und ihrem typischen Umhängen davonlaufen. Aber ich glaube nicht, dass es auch welche waren. Das sagte auch Professor Snape, warf Theresa ein. Warum glauben Sie das? Was ist daran so abwegig? Möglich, vielleicht, gab Professor Dammel dazu. Aber sehr unwahrscheinlich. Kein Todesser wäre so dumm. Zur WM hat sie das nicht gestört, sagte Winona energisch. Denen ist alles zuzutrauen. Denkst du das ehrlich? erkundigte sich der Professor fast geflüstert und nahm allein durch den Ton Winona den Wind aus den Segeln. Denkst du, man kann das wirklich vergleichen? Nein, gab das Mädchen zu, behielt aber ihre Wut. Es war eindeutig, dass sie entschuldigen wollte. Wenn es wirklich Todesser gewesen wären, dann wäre niemand am Leben geblieben, um davon zu berichten, sagte Theresa und ihre Stimme klang selbst wie ihre Ohren unnatürlich beherrscht. Sah es so aus, als wollten Sie es gesehen werden, Professor? Genau, das vermutete Professor Lupin, nickte Dumbledore. Er meinte, selbst bei seinem Ruf wäre es doch eher unwahrscheinlich, dass drei Todesser vor ihm fliehen. Und wie geht es den anderen? Gut, soweit es mir erzählt wurde, schaffte es nur heiler Katter sich zu wehren und wurde dementsprechend schwer verletzt. Mr. und Mrs. McAllister geht es besser, auch wenn die Lähmung wohl erst in ein paar Stunden nachlassen wird. Von euren Verwandten war niemand da. Natürlich sind jetzt alle auf der Suche nach Tarsuins Schwester. Zusammen mit dem Ministerium werden Sie Rika sicher schnell finden, schien Winona plötzlich zuversichtlich. Meine Eltern sind richtig gut darin. Das sind sie sicher, schüttelte Professor Dumbledore den Kopf. Aber das Ministerium wird wohl offiziell eher wenig unternehmen. Man hat sich als nicht zuständig erklärt. Das ist doch Bockmist, fluchte Winona und ließ ihrer Empörung freien Lauf. Welcher hirnverbrannte, evolutionstechnisch benachteiligte Bürokratenarsch würde das nicht für eine Zaubererschweinerei halten? Rika gehört zu uns. Nur weil sie nicht zaubern kann, ist das noch lange kein Grund. Winona musste tief Luft holen. Also suchen nur Winonas Eltern, meine Großeltern, Professor Snape und Filius, fragte Theresa ruhig. Die McAllister sicher auch, sobald sie wieder fit sind. Doch sie werden nicht die einzigen sein. Rika McNamara hat einen selbst für mich unerwartet großen Fanclub unter den Auroren. Sogar an höheren Stellen. Aber leider betonen alle, dass sie nur inoffiziell helfen können oder möchten. Warum, war Winona frustriert, warum ist es inzwischen ein Verbrechen, anderen Menschen zu helfen? So ist es nicht, sagte Professor Dumbledore. Es herrscht einfach ein ungemütliches Klima im Ministerium. So, wurde Winona wieder lauter. Also ich habe keine Angst, das Ministerium kann mich mal. Ich werde eine Welle machen, ich werde den Minister auf den Füßen herumtanzen. Theresa sah sich genötigt einzugreifen. Sie stand auf und legte behutsam ihre Hand auf Winonas Schulter. Wir brauchen keine Aufmerksamkeit, sagte Theresa eindringlich und sah dann den Direktor ernst an. Ich werde jetzt erzählen, was wirklich mit Hasien passiert ist und dann denke ich, sind wir alt genug, dass auch sie uns die Wahrheit sagen. Warum denkst du das? fragte Professor Dumbledore. Ganz einfach, Professor. Theresa unterdrückte den Impuls, wie Winona ein wenig Frust abzubauen. Was bringt es, wenn sie uns wie Kinder behandeln, wenn dem Rest der Welt völlig egal ist, wie alt wir sind? Die scheren sich einen Dreck darum, Professor. Professor, denken Sie nur daran, was die Tasien schon alles angetan haben. Theresa sah, dass ihre Worte etwas in Dumbledore berührten und seine Gedanken für einen Moment abschweiften. Um ein wenig seine Unaufmerksamkeit auszunutzen, begann sie nach einer kurzen Pause einfach mit ihrer Geschichte des Tages. Sie ignorierte dabei den vorwurfsvollen Blick Winonas, genau wie die nach einer Weile hochgezogenen Augenbrauen des Professors. Sie erzählte alles, was sie für wichtig hielt. Tasien zu Liebe erwähnte sie Snape nicht und auch nicht, wer ihn den Kamin zum Reisen überlassen hatte. Am Ende äußerte sie sogar eine schmerzhafte Vermutung. Das glaube ich nicht, kommentierte Winona empört. Ich habe nur die Möglichkeit erwähnt, erwiderte Theresa mit gleichmäßiger Stimme. Es muss nicht so gewesen sein. Und wie kommst du darauf, dass Tarsuin dich töten wollte? Erkundigte sich Professor Dumbledore ruhig. Professor, war Winona entsetzt, Sie können das doch nicht ernsthaft in Erwägung ziehen. Es spielt keine Rolle, was ich gerne glauben möchte, erwiderte Dumbledore eindringlich. Aber ich bin mir sehr sicher, dass gerade Theresa einen solchen Verdacht nicht leichtfertig geäußert, nicht wahr? Aber Tarsuin hat Theresa doch angeschrien, sie solle weglaufen. Hat Theresa selbst erzählt, klammerte sich Winona an ihre Überzeugung. Theresa schüttelte traurig den Kopf. Das Feuer war auf mich gezielt, sagte sie noch einmal. Alles, was zwischen uns und um mich herum war, hat richtig was abbekommen. Da fällt mir ein, die Ravenclaws kommen im Moment mangels Tür nicht auf dem üblichen Weg aus ihrem Turm raus. Professor Dumbledore ignorierte ihre letzte Bemerkung. Du denkst, Tarsuin hat die Kontrolle kurz verloren, oder? forschte er weiter. Ja, nickte Theresa. Und ich wette, es war ungefähr in dem Moment, als Rika entführt wurde. Das ist unmöglich, meinte Winona entschieden. Rika war in London. Man kann doch keinen Fluch über sie zu Tarsuin schicken. Nicht wahr, Professor? Nicht wahr? Mit Magie ist vieles möglich, aber ich muss zugeben, diese Möglichkeit wäre mir neu. Doch an einen Zufall glaube ich auch nicht. Ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass jemand während eures kleinen Ausflugs einen zeitverzögerten Fluch auf Tarsuin gesprochen hat. Vielleicht fürchtete man, er könnte Fähigkeiten besitzen, die ihn zu seiner Schwester führen könnten. Dann waren es sicher die Inder, vermutete Winona. Die haben seit dem Sommer einen heiden Respekt vor Tarsuin. Die Familie von dieser Malo, Malboro, Professor, wir müssen da hin und helfen. Wir haben schon einmal gegen die gekämpft und uns nicht schlecht dabei geschlagen. Es ist der Wunsch eurer Familien, dass ihr hier bleibt, stellte Professor Dumbledore entschieden fest. Jetzt mehr denn je. Aber wir können helfen und kämpfen, wenn es sein muss. Dein Mut und deine Fähigkeiten in allen Ehren, tadelte Dumbledore, auch wenn es bei ihm nicht nach einer dahingesagten Floskel klang. Aber dafür fehlen dir noch ein paar Jahre intensives Lernen und Erfahrungen. Außerdem geht es im Moment darum, Miss Namara zu finden und wie du schon sagtest, das können deine Eltern besser als jeder andere, wenn sie ihr Kind in Sicherheit wissen. Und es gibt noch mehr Gründe, murmelte Theresa leise, aber deutlich für alle hörbar. Sie haben Angst, dass sie sich doch irren könnten und es wirklich Todesserwaren, nicht wahr? Sie fürchten, dass er ihr stockte der Atem bei dem Gedanken an diese Ungeheuerlichkeit. Wir haben einen Seher darüber sprechen hören. Kehrt er gerade zurück? Ja. Die Antwort war einfach, grausam, einfach und sie entsprach dem, was der Professor wirklich glaubte. Theresa konnte dies in seinen Augen sehen, mit denen er sie prüfen fixierte. Ihr wurde kurz übel. Sie riss sich jedoch zusammen, löste die Augen von Dumbledore und erblickte dafür eine ebenso geschockte Winona. Was werden Sie dagegen unternehmen? fragte Theresa und wunderte sich einmal mehr, wie ruhig ihre Stimme klang. Alles, was in meiner Macht steht, versprach Professor Dumbledore mit einer Art heiligen Ernst, die schon an einen Schwur erinnerte. Unsere Familien wissen und denken das auch? Lass es mich mit den Worten deines Großvaters ausdrücken. Wir wollen es nicht glauben, aber wir sollen verdammt sein, wenn sie uns noch einmal mit heruntergelassener Hosen erwischen. Ja, Samuel weiß sich auszudrücken, lächelte Theresa schwach. Oh nein, dies waren Aaron's Worte. Was Samuel gesagt hat, würde ich niemals in Gegenwart von Kindern wiederholen. Wenn ich es mir recht überlege, würde ich es niemals wiederholen. Das ging wirklich nach Sam, bestätigte Winona und auch sie konnte nur ein wenig lächeln. Dann ist es sicher das Beste, wenn wir hierbleiben und keinen Ärger machen, Winona, stellte Theresa fest. Sprich nur für dich, widersprach Winona. Ich werde mir sämtliche Optionen offen halten. Und so dafür sorgen, dass deine Eltern nicht ihre ganze Kraft darauf verwenden können, nach Rika zu suchen, versuchte es Theresa mit Vernunft. Denkst du, sie lassen uns wirklich helfen? Nein, die sperren uns ein Haus ein und einer würde immer in unserer Nähe bleiben, damit wir nicht ausbüxen. Und wenn wir auf eigene Faust losziehen, dann werden sie zuerst uns suchen, statt Rika. Auf welcher Seite bist du eigentlich? murrte Winona. Es mag frustrierend sein, fügte Professor Dumbledore freundlich hinzu. Vor allem für dich, Winona. Aber Theresa hat die Situation recht gut erfasst. Ihr könnt am besten helfen, wenn eure Familie euch in Sicherheit wissen. Kann ich also darauf vertrauen, dass ihr beide in Hogwarts bis zum Ende des Schuljahres nicht mehr verlasst? Tarsuin braucht Freunde, wenn er wieder aufwacht. Ja, versicherten die Mädchen. Theresa sofort, Winona ein klein wenig widerstrebend. Und jetzt bitte so, dass ich deine Hände sehen kann, Winona, bat der Direktor mit einem Lächeln. Ich hab doch gar nicht, behauptete Ravenclaw und entwirrte ihre Finger demonstrativ erst, als sie auf dem Schreibtisch lagen. Also schön, ich bleib in Hogwarts, aber nur bis zum Ferienbeginn und wenn man Rika bis dahin nicht gefunden hat, dann, da gebe ich ihnen auch mein Wort, werde ich Himmel, Hölle und das Ministerium in Bewegung setzen und sie finden, egal wer mir das verbietet und wer mir hilft. Dabei schaute sie ganz eindeutig und fast drohend Theresa an. Man konnte einiges über Winona und ihr Temperament sagen, aber ganz sicher nicht, dass sie nachtragend oder uneinsichtig wäre. Nachdem sie ein paar Tage lang nur das Nötigste mit Theresa besprochen hatte, war alles wieder wie immer. Oft saßen sie nun beisammen und schmiedeten Pläne, doch da sie kaum etwas davon umsetzen konnten, zogen sich die Tage nur quellend langsam dahin. Sehr viel Zeit verbrachten sie bei Tarsuin im Krankenflügel. Schon eine Veränderung, fragte Winona, die aufgrund ihres Stundenplans eine Stunde später dazukam. Das war die Standardfrage von derjenigen von ihnen, die als Zweites ankamen. Da inzwischen die Osterferien vorbei waren, hatten sie die Frage schon viele Male gestellt. Tarsuin lag in einer bruchfesten Extrakammer in seinem Bett. Theresa hatte seine Hand massiert und legte diese nun eben ihn aufs Bett zurück. Es war eigentlich unnötig, dass sie das tat, denn Madame Pomfrey kümmerte sich sehr intensiv um den Jungen. Und auch Medi und andere Heiler hatten schon vorbeigeschaut. Doch alle waren nur mit einem verwunderten Kopfschütteln wieder abgezogen. Niemand konnte einen vernünftigen Grund für Tarsuin-Zustand finden. Nichts, schüttelte Theresa den Kopf. Was Neues von deinen Eltern? Nur das Übliche. Wir sind dran, macht euch keine Sorgen, macht keinen Ärger, habt Geduld. Winona setzte sich still auf die andere Seite des Bettes. Hast du schon das Neueste gehört, Tarsuin? Tata Theresa wie immer so, als würde er sie hören. Sie werden die dritte Aufgabengabe in einem Irrgarten machen, den sie auf dem Quidditch-Feld gerade wachsen lassen. Ich wette, der Einzige, der dann wissen wird, was darin geschieht, wirst du sein. Wir haben deshalb sogar mit Professor Moody gesprochen und wie doof das für die Zuschauer ist. Aber er meinte nur, wenn man außen hineinsehen könnte, würden sich alle Champions nur darauf konzentrieren, wie man betrügen könnte, statt sich auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Natürlich musste Merton anmerken, dass der Professor damit dann der Einzige mit der Lizenz zum Schummeln wäre. Das hat ihm den Rest der Stunde einen richtig ekligen und sicher sehr juckenden Ausschlag eingebracht, den er aufgrund gelähmter Finger auch nicht kratzen konnte. Ich hab Moody noch nie so wütend gesehen. Den hat die indirekte Unterstellung anscheinend richtig getroffen. Naja, zumindest hat er den Fluch am Ende der Stunde zurückgenommen. Ansonsten ist nicht so viel passiert. Die Lehrer nerven immer mehr mit den Prüfungen und der gesamte Durchschnitt aller Klassen in Geschichte ist abgesagt, seit du dich von der Verantwortung drückst, uns mit lesbarem Lernstoff und Hausaufgaben zu versorgen. Sogar eine andere Slytherins vermissen dich deshalb und die Ravenclaw sowieso. Luna scheint sich wegen dir sogar ziemlich zu grämen und man kann kaum noch mit ihr reden. Sie wird wirklich von Tag zu Tag seltsamer und das macht einen ganz schön Angst. Oder man locht offen über sie. Sie sind sogar dazu übergegangen, sie Luni Lovegood zu nennen und dass sich Luna nicht dagegen wehrt, wird das auch noch immer schlimmer. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, aber am Anfang hat Luna dich noch besucht, aber anscheinend kann sie es nicht ertragen, dich so liegen zu sehen. Ich sehe sie manchmal mit einem Bild einer Frau in der Hand weinen. Theresa redete so gut wie eine Stunde so weiter, wobei sie den Klatsch der gesamten Schule verwendete und sich ja viel von gestern wiederholte. Zum Schluss dann, Rika ist auch noch verschwunden und sie haben wirklich überall gesucht. Tante Glen war in Indien, einige Auroren haben ein paar Informanten ausgequetscht, bis sie wegen irgendeines vermissten Ministers Überstunden schieben mussten. Patrick und Fenella haben einen unbegrenzten Urlaub von den Nosdorf und Mursi Privatnäfflern bekommen. Meine Großeltern fordern derzeit einen Haufen Gefallen ein, wenn du wüsstest, bei wem oder was alles. Aber all das bringt nichts, Tarsuin. Wach, verflucht nochmal auf, schrie plötzlich Winona laut, sprang auf, packte den Jungen bei den Schultern und schüttelte ihn. Rika, brauch deine Hilfe und du legst sie einfach nur so rum. Werde ich endlich. Tobe, leg das halbe Schloss in Schutt und Asche, aber tu irgendwas. Ehe Teresa eingreifen konnte, gab die Ravenclaw dem Jungen eine saftige Backpfeife. Winona, rief sie entsetzt. Das Gesicht ihrer Freundin war hochrot und wurde immer dunkler. Erschrocken ließ sie Tarsuin los und rannte aus dem Zimmer. Teresa stand zunächst einfach nur völlig perplex in der Gegend rum, doch dann riss sie sich zusammen. Mit ruhigen Bewegungen zog und schob sie Tarsuin wieder in eine möglichst bequeme Lage, legte Tiki in seine Arme und erst danach wandte sie sich zum Gehen. Ohne dich geht einiges quer, murmelte sie ihm leise zu, dann löschte sie das Licht und schloss die Tür von außen. Winona zu finden war nicht schwer. Nach dem Verlassen des Krankenflügels musste Teresa einfach nur dem leisen Weinen des Mädchens folgen. Sie saß neben einer Rüstung auf dem Boden und drückte ihr Gesicht gegen Arme und Knie. Wäre Teresa sauer auf sie gewesen, allein dieser Anblick des Jammers hätte sie sicher besänftigt. Ohne etwas zu sagen, setzte sie sich neben ihre Freundin und legte ihr tröstend die Hand um die Schultern. Das wird schon wieder, sagte sie leise. Letztes Jahr war es viel schlimmer. Das stimmt nicht, schluchzte Winona. Aber ich wollte das nicht machen, er kann doch nichts dafür. Teresa entschloss sich, ein paar leichte Ohrfeigen nicht zu überdramatisieren. Naja, möglicherweise hättest du eben bessere Erfolgschancen als die Fünf Pfeiler vor dir, nur dass ein Erfolg dich hätte umbringen können. Das wäre mir egal gewesen, antwortete das Mädchen. Für einen Moment stutzte Teresa und dann nahm ein Gedanke Gestalt an. Du bist nicht etwa doch in ihn verliebt? fragte Teresa vorsichtig, wobei sie mit ihrem Kopf vorsichtshalber ein wenig Abstand zwischen sich und dem Mädchen schaffte. Was? schien Winona für einen Moment völlig perplex, nur um dann noch mehr Tränen fließen zu lassen. War das nun eine Bestätigung für Teresas Theorie oder eher nicht? Doch irgendetwas sagte ihr, dass sie falsch lag. Da lauerte noch ein anderes Desaster im Hintergrund. Was ist mit dir los, Winona? fragte Teresa direkt, weil die einzige Möglichkeit dir plötzlich einfiel. Geht es deiner Familie gut? Winona schaute kurz leidend zu Teresa auf, nickte aber leicht. Dann, mit einer energischen Winona-typischen Handbewegung, wischte das Mädchen die Tränen an ihren Ärmeln ab, holte eine ziemlich gebraucht aussehendes Taschentuch heraus und schnolzte sich mit der Lautstärke einer Trompete. Es ist überhaupt nichts, was das Drama hier rechtfertigt, sagte Winona. Nur der blöde Merton. Was ist mit ihm? Teresa fragte sich, was denn aus Schatz, Zuckerschnecke und dergleichen geworden war. Wenn der Junge jetzt blöd war, dann bedeutet das was? Teresa sah das gefährliche Wichtelnest direkt vor sich, in dem sie gerade herumgestochert hatte. Was mit ihm ist? Der Idiot wollte unsere Beziehung auf eine neue Stufe heben, murmelte Winona und neben einem Tiefrot durchzog nun auch die Zorn in ihre Gesichtszüge. Kannst du dir das vorstellen, gerade jetzt? Ich habe ihm gesagt, dass ich keine Lust dazu habe. Naja, und dann gab ein Wort das andere. Teresa schaute hilflos und anscheinend so ahnungslos, wie sie auch war, ihre Freundin an. Winona rollte ihre geröteten Augen. Wir haben Schluss gemacht, erklärte Winona. Aber warum, verstand Teresa noch immer nicht. Es schien Winona doch sehr nahe zu gehen. Warum machte sie dann Schluss mit Merton? Hatte das etwas mit der neuen Stufe zu tun? Hatte Merton... Wollte er sich etwa mit dir verloben? vermutete sie entsetzt. Oh mein Gott, bist du konservativ! Kam nun von uns die alte Winona zum Vorschein. Schaust du denn immer weg? Ich dachte, du hättest damals in D&Ds Büro mitbekommen, was los war und hast nur aus Taktgefühl nichts gesagt. Teresa schüttelte den Kopf und beschloss, nichts wissen zu wollen. Das Gespräch nahm gerade eine ihre unangenehme Wendung. Doch leider war Winona jetzt in Fahrt. Also mal kurz für dich zusammengefasst. Ich habe Merton nach dem Hogwarts-Ausflug in einer ruhigen Ecke an meine Bluse gelassen. Und heute wollte er nun darunter. Aber auf sowas habe ich im Moment einfach überhaupt keine Lust. Erst jetzt fiel Teresa auf, dass sie in letzter Zeit Winona und Merton kaum noch beim intensiven Lippenkontakt gesehen hatte. Und das habe ich ihm auch deutlich vermittelt. Wie soll man, wenn der beste Freund im Koma liegt? Das hat er wohl in den falschen Hals gekriegt und was ähnliches gesagt wie das Leben geht weiter und Tarsin würde nicht wollen, dass wir uns zu Trauer glösen werden. Danach meinte er auch noch, niemand könnte garantieren, dass Tarsin je wieder aufwacht. Naja, in dem Moment habe ich einfach rot gesehen. Teresa musste zugeben, sie hatte sich schon ähnliche Gedanken wie Merton gemacht. Sagte jedoch nichts dazu, denn sie war noch immer nicht über die Information mit der Bluse hinweg. Na, forderte Winona mit einigen Zweifeln in der Stimme und Teresa wusste plötzlich in der Tiefe ihres Mädchendaseins, was ihre Pflicht als treue Freundin war. So ein gefühlloser und instinktloser Holzklotz, sagte sie mit einer möglichst viel Verachtung und der hoffentlich passenden Herablassung. Aber was erwartest du von einem Kerl? Den letzten Satz hatte Teresa sehr oft von Fenella gehört, obwohl es damals als Scherz gegenüber ihrem Ehemann gemeint gewesen war. Genau, fand Winona, als müsste sie sich selbst auch noch überzeugen. Wie kam ich nur darauf, er könnte anders sein? Er verdient sich gar nicht. Würde ich danach gehen, würden wir als alte Jungfern sterben, brachte ihre Freundin ein halb verheultes Lachen zustande. Vergessen wir das einfach für einen Moment. Nichts lieber als das, dachte Teresa bei sich und half Winona auf die Füße. Wollen wir zusammen Hausaufgaben machen? fragte sie, doch dann hörte sie einiger näher kommenden Schritt und verwarf die Idee, denn Winona zog sie fast umgehend hinter eine Deckung, die aus einer alten Rüstung und einem halb hoch gehaltenen Wandteppich bestand. Teresa glaubte nicht, dass dies am Ende einen Unterschied machte. Sie hätten sogar an der Wand mit einer Kerze links und rechts in der Hand stehen können und man hätte sie ignoriert, so abgelenkt schienen die Erwachsenen, die durch den Gang kamen. Ich versichere ihn, Miss McAllister, sagte gerade Dumbledore. Tarsuin geht es den Umständen entsprechend gut und er ist hier sicher. Ich hatte nur diesen Traum, Direktor, entgegnete Neferra. Ich muss ihn einfach mit eigenen Augen sehen, um ganz sicher zu sein. Das steht Ihnen natürlich jederzeit frei, sagte Dumbledore verständnisvoll. Ich wünschte nur, Sie ließen uns ihn... Das hatten wir doch schon, unterbrach Tarsuins Vater Dur seine Frau. Hier ist er sicher in guter Obhut und Rika hat sehr klare Anweisungen hinterlassen, was Tarsuin und St. Mungus angeht. Vertraue Ihrer Entscheidung, Schatz. Ja, ich weiß, seufzte Neferra, aber je länger Rika verschwunden bleibt, desto mehr Angst habe. Ich... Wir verlieren unsere Kinder noch einmal. Ich weiß nicht, ob ich das... Das wird nicht passieren, sagte Dur sehr bestimmt. Wir werden unsere Kinder wiederbekommen. Davon bin ich überzeugt, flächerte Dumbledore bei. Vorgestern war ein Geisteiler aus Frankreich hier. Madame Maxime hat ihn empfohlen und er ist gerade dabei, einer vielversprechenden Trank zu brauen. In drei Wochen sollte der... Die Tür des Klankenvögels schloss sich hinter den drei Erwachsenen. Theresa fühlte sich ein wenig unwohl, weil sie gelauscht hatte, statt Tarsuins Eltern zu begrüßen, aber auf der anderen Seite konnten Kinder oft nur so die Wahrheit erfahren. Es klang so verzweifelt, murmelte Winona. Ich denke, ihre Spuren sind nicht so heiß, wie sie uns in den Briefen weismachen wollen, vermutete Theresa und starrte auf die geschlossene Tür. Die nächsten Wochen waren nicht einfach für Theresa. Sie las die Briefe ihrer Großeltern jetzt immer ein Stück misstrauischer und so blieb nicht viel Hoffnung in den Worten übrig. Merton und Winona gifteten einander nur noch an und Theresa schulische Leistungen wurden immer schlechter. Erst gestern hatte Onkel Filius sie für eine schlampige Hausaufgabe gerügt und hatte sie nicht im Geringsten gestört. Während alle um sie herum die Prüfungen fürchteten und die letzte Aufgabe des Trimagischen Turniers herbeisehnten, war sie regelrecht lustlos. Kein Essen schmeckte ihr, kein Witz schien wirklich lustig. Es war, als hätte man diesen Teil ihrer Persönlichkeit fast vollständig entfernt. Nur ein gewisser böser Sarkasmus war ihr geblieben. Selbst ihre Träume waren inzwischen richtig langweilig. Doch was sie wirklich fertig machte, war das ständige Gefühl, etwas zu übersehen und dies beschäftigte sie jede wache Minute, egal in welcher Lebenslage sie sich befand. So wie gerade jetzt. Zum Glück diesmal nicht bei Snape oder McGonagall im Unterricht, sondern ganz allein in einem der Innenhöfe. Jeder mit nur ein wenig Lebensfreude war draußen am See und genoss den ersten richtig warmen Sommertag. Viele würden zwar irgendein Schulbuch dabei haben, aber das war nur für das Gewissen. Einzig die fünften und siebten Klassen waren am Lernen und blieben deshalb in ihren Gemeinschaftsräumen. Doch wie schon gesagt, gehörte Theresa zu keiner der beiden Gruppen. Sie saß versteckt auf einer halb von einer Hecke über wucherten Bank und starrte auf ihre Schriftrollen. Es war ihre erste konzentrierte Arbeit seit Wochen und listete sämtliche ihre bekannten Merkwürdigkeiten in Tarsins Leben auf. Linien verbanden Namen mit anderen Namen oder Ereignissen. Und wie immer sie es drehen und wenden wollte, es gab genau drei Namen, die besonders hervorstachen. Benefactor, Tiki und ihr eigener. Es mochte zwar sein, dass sie sich inzwischen ein wenig zu sehr in den Mittelpunkt gerückt hatte, aber auf dem Blatt verbanden nicht mal Rika und deren Eltern so viele Linien mit Tarsuin. Die Augen, Marianne, die Rettung vor dem Einhorn, das große Einhorn, die Bisse von Shai, die Spiele ihres Vaters, dass Tarsuin bevorzugt ihre Nähe zu suchen schien. Tiki, die auf ihrer Schulter ritt und die Geheimnisse mit Theresa teilte, von denen nicht der Maltasin etwas wusste. Der gebrochene Imperio, die Träume bevor. Darf ich dich gut stören? Erschrocken fuhr Theresa zusammen, schaute auf und wurde fast wütend, als sie Risterat erblickte. Sie war ganz nah dran gewesen, den Knoten zu lösen, da war sie sich sicher. Was? schnappte sie unfreundlich und rollte das Geschriebene eilig ein. Nicht sonderlich unauffällig, aber er sollte auf keinen Fall etwas davon lesen, egal wie viel Kreide ihr Stiefbutter gefuttert hatte. Kein Grund für ein Gruzio, hob er abwehrend die Hände und zeigte doch damit gleichzeitig, wie dämlich man mit Gleichnissen umgehen konnte. Nicht, dass solche Redewendungen in Slytherin unüblich wären. Ich wollte nur, naja, vielleicht helfen. Wie? fragte Theresa und war erstaunt, dass sie es ernsthaft wissen wollte. War die Lage wirklich so verzweifelt? Nun, ich weiß natürlich nichts Genaues, aber wenn man den paar Gerüchten Glauben schenkt und ein paar Gedanken löst, ganz sanft ehrlich, dann scheint dein kleiner Freund sein Bewusstsein und vielleicht auch sein Selbst völlig verloren zu haben. Und wenn, brummte Theresa unverbindlich. Du musst es wissen, zog er mit den Schultern, aber falls ich recht habe, dann ist das hier vielleicht die Möglichkeit, um zu ihm durchzudringen. Bewusstseinsverstärker haben die Heiler schon Dutzende probiert, schüttelte Theresa den Kopf. Nichts hat gewirkt. Ja, aber sicher war keiner so mutig oder verrückt, den direkten Kontakt zu wagen. Bei allem, was man so munkelt, sicherlich verständlich. Ich persönlich würde es auch nicht riskieren und du weißt, dass mich der menschliche Geist sehr interessiert. Selbst Vater würde nie mal die mentalen Finger davon lassen. Und was willst du mir dann hier verkaufen? Risterat holte aus seiner Tasche zwei kleine Fiolen und hielt sie Theresa hin. Falls gar keine Hoffnung mehr besteht, versuche es damit. Und das ist was? fragte Theresa verständnislos. Selbst ohne ein Schuljahr unter der Paranoia und dem magenischen Auge eines Mad-Eye-Moodies hätte sie diese Fiolen nicht einfach so angenommen. Deine eigene Idee, entgegnete Risterat. Der Traumteiler-Tarank. Wie von Sinnen starrte Theresa auf die purpurne und kristallblaue Flüssigkeit und als ihr Stiefbruder eine halbe Bewegung machte, um die Fiolen wieder wegzustecken, stuckte sie den Köder und griff schnell danach. Aber Risterat ließ nicht sofort los. Wirklich. Nur als allerletzter Ausweg. Und nicht du. Vielleicht deine Großmutter Caitlin. Sie hat einen starken Willen. Oder bringt Dumbledore auf die Idee. Erst als sie nickte, ließ er los. Warum tust du das? wollte Theresa wissen. Sie war nicht misstrauisch, es interessierte sie nur. Machst du denn nicht Methasin für alle Schlechte verantwortlich? Das mache ich auch heute noch, aber du bereitest mir mehr Sorgen. Du bist bleich, noch bleicher als sonst. Hager bist du auch geworden und ständig so abwesend. Ich hab dich beobachtet. Seitdem der Junge nicht mehr bei dir ist, geht es dir von Tag zu Tag schlechter. Du kleidest dich schlampig, die Darkcloud kämmt deine Haare anscheinend häufiger als du selbst und du bekommst diese Sticheleien einiger unserer Schätzchen überhaupt nicht mehr mit. Da ich aber deine Sturheit kenne und das Worte nichts ändern werden, bin ich der Überzeugung, dass ich dir nur helfen kann, wenn ich ihm geholfen werde. Ich wäre dir trotzdem dankbar, wenn du es nicht herumposauen würdest. Versprochen. Niemand wird erfahren, dass dein Herz doch weicher ist als Stein, versprach Theresa und schaffte ein freundliches und vor allem ehrliches Lächeln. Danke, Risterat. Sie schaute kurz auf die kleinen Fiolen in ihrer Hand. Die Lösung und eine ihrer größten Ängste. Sei vorsichtig, unterbrach Risterat ihre Gedanken. Ach, und noch was. Regina und ihr neuer bester Freund suchen dich. Sie haben mich vorhin nach dir gefragt. Ich glaube zwar nicht, dass sie streit wollen, aber wenn doch, eine Geste von dir und eine Schar fiese Warzenkröten überfallen sie im Schlaf. Hand drauf. Ich komme gern darauf zurück, musste Theresa seit langem mal wieder grinsen. Und wenn auch nur als Idee für nächstes Jahr. Wenn alles wieder gut ist, fügte sie in Gedanken hinzu. Wie schon gesagt, sei vorsichtig, riet ihr Risterat noch einmal. Das ist mir langsam zur Gewohnheit geworden, versicherte Theresa und wunderte sich, wie es geschehen konnte, dass sie ihn lieber mochte als Aiden. Das musste eigentlich auf ihre Schriftrolle. Naja, man sieht sich, rieter Risterat unsicher mit der Hand und ist mal wieder ordentlich. Dann ging er. Theresa schickte ihm noch ein Ja, ja, hinterher. Dann nahm sie ihren Zauberstab und hieß ihre mühevoll erstellte Schriftrollen in Flammen aufgehen. Was hatte sie sich nur dabei gedacht, dies alles aufzuschreiben? Wenn Risterat jetzt noch der Arsch von früher gewesen wäre, hätte er Theresa alle Geheimnisse wegnehmen können. Für einen Moment dachte sie daran, Regina aus dem Weg zu gehen, doch das war nur die Stimme der Vernunft. Im Grunde ihres Herzens hatte sie jedoch Lust, mal ein wenig Dampf bei jemandem abzulassen, bei dem es im Nachhinein überhaupt nicht leidtun würde. Was jedoch nicht bedeutete, dass sie blind wie ein Berserker an einen Kampf rannte. Zunächst einmal schaute sie sich gründlich um. Erst als sie sicher war, weder von Filch noch von einem Lehrer beobachtet zu werden, wagte sie ein paar kleine Zauber. Als guten Anfang rief sie sich Sand herbei und machte so aus dem Trampelfahrt vor ihrer Bank einen schicken Weg. Dann ein Lockzauber und eine Viertelstunde später traf die erhoffte Ameisenkönigin nebst Gefolge ein. Und da behaupteten diese Idioten, man könne in Hagrids Unterricht nichts lernen. Auch wenn dem großen Mann sicher eine andere Anwendung vorgeschwebt hatte. Fasziniert beobachtete sie, wie hunderte der kleinen Tiere sofort begannen, Tunnel in den Sand zu graben. Späher zogen los, um die Nahrung in der Nähe zu suchen und Soldaten bewachten die Königin. Wirklich ein interessantes Völkchen und eine gemeine Waffe. Theresa lächelte kalt. Manchmal hatte sie das sichere Gefühl, Professor Moody brachte eine gewisse boshafte Kreativität in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Nachdem nun ihre Vorbereitungen abgeschlossen waren, wartete sie einfach. Aus ihrer Schultasche holte sie ein Buch, das sie schon seit einigen Wochen immer wieder von Madame Prince verlängern ließ. Suchen und Finden Zehn magische Wege für Anfänger und Fortgeschrittene. Theoretisch ein gutes Buch und sicher hatten die Erwachsenen alles daraus schon probiert, aber Theresa musste irgendwas tun und das war das Einzige, was sie tun konnte, ohne gegen ihr Versprechen zu verstoßen. Inzwischen hatte sie einmal Möglichkeiten acht geschafft, aber Nummer neun ging einfach nicht über ihren Horizont. Winona beschäftigte sich mit anderen Wegen der Suche. Sie sprach mit den Geistern, etwas, das sie eigentlich recht ungern machte und das extrem viel Zeit fraß. Aus diesem Grund war Theresa ja auch eben allein. In einem Anflug von Wagemut nahm Theresa ihren Zauberstab erneut zur Hand und begann damit die Seiten umzublättern. Sie glaubte zwar nicht, dass Umblättern besonders strafwürdig war, aber sie hatte gelernt, Filch mit seinem Schlachtruf Zaubern auf den Fluren verboten, ernst zu nehmen. Nicht, dass sie das Moment störte. Es dauerte über 20 Seiten. Lektion neun, unauffälliges Auffinden vermisster Kinder innerhalb großer Muggelmengen, bis Regina endlich auftauchte. An ihrer Hand hing Jean Laurent mit einem Gesicht, als wäre er der Erfinder des Scheiße-zu-Gold-Zaubers. Theresa glaubte, dass Regina damit endlich den Tiefpunkt erreicht hatte und obwohl sie ihr dies gönnte, fand sie diese Wahl recht seltsam. Bisher hatte das Mädchen es immer auf ältere, gutaussehende Jungs abgesehen gehabt, die ihre Prestige anhoben. Zwar war Sean durchaus hübsch, aber selbst in Slytherin nicht beliebt. Kein Haustierbesitzer seien gerne in der Nähe seines Lieblings. Mehr als einmal hatte Theresa gesehen, wie ihm eine Katze, die er streichelte, von ihrem Besitzer fast entrissen wurde. Nach außen wird das natürlich niemand zugeben, aber innerhalb Slytherins war Jean Laurent als Freund kein Zuwachs an Ansehen, eher im Gegenteil. Carrie, machte Regina auf sich aufmerksam, da Theresa so tat, als hätte sie die beiden noch nicht bemerkt. Ganz langsam hob Theresa den Blick. Ihr Zauberstab folgt wie zufällig ihren Augen. Betont auffällig schaute sie kurz auf Sean, dann auf die verschränkten Hände der beiden und ließ, als sie wieder Regina ansah, ihre ehrliche Meinung über diese Verbindung auf ihrem Gesicht sehen. Verwundert glaubte sie, einen kurzen Moment lang Scham in Reginas Augen zu entdecken. Ja, fragte Theresa gedehnt. Gibt's was Wichtiges? Nein, überhaupt nicht, entgegnete Regina und klang nicht scharf und überlegen, wie es Theresa sonst von ihr gewohnt war. Vielleicht lag es auch daran, dass Sean gerade in diesem Moment dazu nutzte, um seine Hand um die Hüfte des Mädchens zu legen. Der Junge lächelte wie ein Gewinner auf Theresa hinab, so nach dem Motto, selbst schuld, dass du nicht diese Ehre hast. Wie ich sehe, quälst du jetzt auch menschenähnliches, Sean, provozierte sie ihn, obwohl sie eigentlich vorsichtig hatte sein wollen. Alles was recht ist, Regina. Ich hab schon viel Schlechtes über dich gedacht, aber nie, dass du einen solch unterirdischen Geschmack bei Jungs hast. Der Durmstrang war doch um Längen Niveau voller und deutlich schnuckeliger. Kannst ihn dir ja greifen, ätzte Sean und Theresa freute sich, ihn offensichtlich verletzt zu haben. Ich verzichte auf was Gebrauchtes, lächelte sie und schaute dem Jungen kurz in die Augen. Oder etwas Fehlerhaftes. Leider machten wir der Regina noch Sean eine Dummheit. Eigentlich schade. Ich bin nicht hier, um mir dein dummes Gerede anzuhören, Kiri, sagte Regina. Ich bin nur hier, weil ich dir was von deiner Mutter ausrichten soll. Wenn es von meiner Stiefmutter kommt, dann kann es nichts Wichtiges sein, kommentierte Theresa gelangweilt. Sie nervt mich aber seit Wochen, weil du anscheinend all ihre Briefe verbrennst. Vielleicht liegt das daran, dass ich nichts mehr von ihr wissen will. Das ist mir egal, ich spiele auch nur dieses eine Mal die Posteule, damit sie mich endlich in Ruhe lässt. Also, Zitat, du hast was, was ich will und ich habe, was du willst. Lass das unter uns regeln. Zitat Ende. Theresa startte Regina mit offenem Mund an. Sie konnte es einfach nicht verhindern. Warum hatte sie da noch nicht selbst dran gedacht? Zuzutrauen war es betrischend allemale, doch irgendwie hatte Theresa immer geglaubt, sie wäre nicht so dumm. Falls sie bei sowas erwischt wurde, würde doch selbst das Ministerium sich gezwungen sehen, etwas zu unternehmen. Und wenn es nur eine Anklage wegen Gefährdung der Geheimhaltung war. Hau ab, riet Theresa Regina leise, als sie deren triumphierendes Gesicht bemerkte. Huch, da ist aber jemand empfindlich, wollte sich Sean gehässig. Hat das Ravenclaw-Liebchen etwa eine schlechte? Weiter kam er nicht, denn Theresa verlor ein wenig die Beherrschung. Ein Wort, ein kreisender Zauberstab und Laurent stand in einer Wolke aus Sand und wütenden Ameisen. Es war bezeichnend, wie schnell der Junge in Panik verfiel. Erst schlug er wild um sich, dann rannte er weg. Regina, die bisher kein Sandkorn berührt hatte, stand einfach nur da, ohne einen Finger zu rühren. Na, auch was zu sagen, erkundigte Theresa sich lässig. Ich misch mich nicht mehr in Familienstreitigkeiten ein, zogte Regina erstaunlich vernünftig mit den Schultern. Außerdem hab ich festgestellt, dass es bedeutend wichtigere Dinge im Leben gibt, als meine Zeit mit dir zu verschwenden. Also viel Spaß mit deiner Mutter, ich persönlich halte sie für eine durchgedrehte Furie. Theresa gab Regina ausnahmsweise mal recht, während das Mädchen einen Angriff zu erwarten schien. Ich greife dich nicht an, nur weil du meine Stiefmutter beleidigst, erkannte Theresa die Gedanken des Mädchens. Ich hab keine Lust, von dir verpetzt zu werden. Du hast Sean angegriffen und dir damit einen Gefallen getan. Sobald er den Wirbel im Griff hat, werden die Ameisen ihn derart beißen, dass er keine Lust mehr hat, dich anzugrapschen. Er ist mein Freund, betonter Regina. Und du riss keinen Finger, um ihm zu helfen, oder? Es würde ihn verletzen, wenn ein Mädchen ihm beiseite stehen muss. Ah ja, murmelte Theresa und für einen kurzen, seltsamen Moment war da eine Verbundenheit mit Regina. Oder zumindest ein gewisses Verstehen. Das andere Slytherin-Mädchen war zwar eine kalte Schnäpfe, aber auch sie hatte Grenzen. Zu Teresas Erleichterung verging der Moment schnell wieder. Fast gleichzeitig erkannten sie und Regina, dass sie eben etwas miteinander geteilt hatten und ihre Gesichter verzogen sich voller Abscheu. Die Nase hoch in die Luft geregt, drehte Regina sich um und ging davon. Theresa wartete, bis sie verschwunden war, dann schnappte sie sich ihre Sachen und rannte zur Eulerei. Sie musste einen Brief an ihre Eltern schreiben. Sie musste Phileas und Winona informieren. Und sie musste unbedingt duschen, um den Regina-Dreck von sich zu waschen.